Du 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 du.. Ah wie wir halb faungern Erst mal ein bisschen Wasser hier trinken Vielleicht kann auch diesmal keine Co da zum Frühstück oder Soda zum Frühstück Wieso kriege ich Schaden? Ich versteh's nicht Du auch gerade doch ich habe noch und noch normales fleisch ich habe ja auch was ja dann übertreiben ist der lurch ist für mich das gleiche ist für dich bürotechnik ist kein verbrechen und ich habe unseren ball kaputt gemacht ja wenn wir haben jetzt tisch und bank ja und steinlage habe ich den gestellte ja gut ich habe wieder zähler eventuell mache ich jetzt auch kurz irgendwas kaputt nein irgendwann wird er habe ich nicht okay zwar knapp weil ich krieg langsam echt gut was sagen zähnen an meiner axt und auch schon meine zweite feder so bau du hier mal die wolf weiter erst trinke ich einen schönen schluck so ein scheiß 30 stück war noch 29 so mit eine idee ich habe es ohne schaden überlegt wird auch an der seite runtergelaufen ich schwimme ich sehe dich nicht ich schwimme im fluss die an der engsten stelle weil ich keinen bock habe von dem krokodil bis weg zu werden kann tauchen ja und sieht sogar verschwommen dieses spiel ist so realistisch das ist kein ist hier wäre auch geil zu bauen los mexikanischer sklave ich sage mal ein paar stücke das war glaube ich es gibt hier sogar auch da hinten angriff ja ich muss hier blaubeeren soll alter ein junger die sie kannst du ohne einen beutel eh nicht richtig sammeln was wolltest du machen dahinten ist ein sturmangriffsdrupp hilfe kann die ball wenn du so willst also der mensch war ich über holz laufen so direkt voraus ja das ist ein tolles machen stammes kompletten aber rechne hier mit viechern ich habe gerade welche rum rennen sehen ich weiß wo wir sind ich habe nämlich früher mal krank geschaut ja der und sache hatten wir mal übernachtet sie hatten sich da geht also ich das war sogar eine erste schaffe oder so ich weiß nicht mehr jedenfalls haben sie sich hier eingerichtet und dann wurden sie irgendwann von vielchen überraten und apropos wenn wir von teufel sprechen da voraus angriff ja ich komme nicht mit dem stelle zeltlager dort befreien ist bestimmt cool blut ob ich tut ich gehe zum zeltlager vielleicht erst mal die eingeborenen hier töten kommen die nicht eher kurz zu hallo ich kämpfe gerade allein gegen die hälfte halt mit alter mann das was passiert werden wenn die untertanen nicht auf befehle hören hey du bist wieder mexikaner es hat man dort halt der a und das ist er ich bin was soll junge kann es mir jetzt mal helfen kommt doch rüber mann wie dann wenn ich mit dem karten soll die mir den rücken kaputt reißen ja was alter ich hab dir jetzt schon fünfmal gesagt dass du ja ich habe gesagt ich habe ich glaube ich liege ja ich sterbe jetzt auch wie kannst du sterben ich hatte so angehittet er wird da drei stück auf sich draufschlagen und rumspringen genau dass ich wollte ich auf der seite bleiben jetzt wie die ich auch du liegst auch wie die lobe hast du denn bitte ich hatte voll leben drüber geschwommen dass da war ich ich habe jeden von denen so hattet geben die war eigentlich so ach so ja was jetzt drücke um neu zu stellen ja ich bin jetzt wieder flugzeug und also dabei beim totenkopf ist zumindest mal nur doch mein rucksack steht hier aber meine waffe ist immer noch gedauert ja ich hatte dich ja schon so hoch auch erst auch so viel arbeit jetzt und ich muss wieder ganz viele gar nicht kann ihn beantworten egal da ist gar nichts und kein lud gar nicht gut dann lass uns weiter kommen ich hätte sich mal lust weil ich weiß dass es in tv also ich glaube es ist zu wissen dass es in ein schnee biome gab da war ich noch nie hatte ich schon mal bock hinzugehen ja aber nicht wenn wir noch keine kleider haben ich habe kleider ja aber keine kleider ja auch ich habe noch dieses outfit da ja keine ahnung deine ist normal zu sagen ach so du bist jetzt bei dem zelt dann ich bin dran vorbei ach warum ich sage nix gibt ach das war wahrscheinlich die tiere sind damit kann man wasserspender machen dann so wirst du erst mal töten hier ist ein hirsch hier sind sie nicht überhitten du musst ihn auf den kopf hauen ich finde es gut dass sie sich ihren kopf eingezogen hat ist trotzdem blutspritze dagegen hier ist ein hirsch gewesen der ist aber die klippe runtergesprungen suizidhirsch ja wann stirbt diese schildkröte ich schwöre ein speer ist so geil um bürsche zu jagen und kaninchen ich habe drei rohe hexen jetzt hier ist noch nur ich und meine vierte hier ist eigentlich voll das geile tiergebiet von diesem koffer schildkröte panzer ja da mal raus kannst du ein wasserspender hallo hilf mir halt mal so die sind da schon mensch wer es macht richtig geilen schildkröte dynamit dynamit ist hier ist ein hirsch den jahre ist den jahre ist hier ist auch eine kribale vieles tschüss und fitz what the file hat fünf sitz aus drei typisch also zwei laufend rum hier oben hier oben kack ich bin den berg runter warte ich komme ax richtig schön geclean die sind nackt zensiert er lässt mich einfach weiter kämpfen holt sich einen krassen schwer äh ich weiß nicht eigentlich nur gut also der ist halt nicht gehotkeyt das ist ein problem ich habe keine energie mehr falls jetzt zu dir kommt kann ich nichts dagegen tun ich weiß nicht wo dir ist ich weiß nicht wo ihr seid wo ihr siehst du mich jetzt nein wo ihr wo du und die da bist ich habe gesagt sie ist nicht mehr bei mir das meine herrschaft anerkannt ich habe so unfassbar viel fleisch ich habe so viele tiere wie schon gerade ja ich habe einen kopf kann auf einem feuer gegrillten stand dass du so wie wasserschlauch zwar hier ist für ein seil ach so ich habe noch zwei habe ich ein seil ich habe zwei seil kannst du mir jetzt droppen da kann ich uns ein wasser schweiß ich wie das geht ich komme mal zu mir soll er jetzt rückst du ihr und dann äh äh ich warte oh ich habe klebe nicht so gut ich glaube du holst du bist blutüberströmt wasch dich um eine Infektion zu ich muss mich kurz waschen gehen du bist dreckig wasch dich ich genau ja so also jetzt guck hier du holst das seil glaube ich in die hand also drückst ausrüsten wo drück ich ausrüsten warte wenn du über das seil gehst war so kombinieren wie kann man denn nochmal kannst du mal drüber gehen und geht drücken dann weiß ich nix scheiße ja ich habe so viel fleisch habe warum habe ich keinen kühlschrank hast du Hunger das heim geht hast du Hunger ich dachte eigentlich wir bleiben jetzt mehrere tage in der wildnis aber wenn wir immer zurückgehen aber wenn wir immer zurückgehen oh man das wird dauern bis dieser wahl fertig ist 334 stöcke stöcke bauen ich grille mal ein bisschen Rehfleisch ja kack ich brenne oh nein bei mir hast du auch gebrannt bei mir hat das sogar so ganz erleichtert auch gemacht ja 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 ich kann mir doch eine brandaxt machen 50 und da habe ich 55 kann gleich hoch guck mal guck mal das ist eine feuer axt zu sehen trotzdem fast ja nix ach jetzt brennig wieder alle ich habe das Feuer nicht mehr berührt man kommt kommst du ja da sie keine Geduld hat oder ne ich kann doch nur mit dir schlafen hehe mit dem mit seinen den den den